Yo Leute was geht ab? Willkommen zu einem neuen FIFA 19 Video und zwar zu einem Pack Opening Ihr habt euch gewünscht, dass ich ein Highlight Video zu den Packs mache, die ich gezogen habe Das ist Teil 1, ich habe noch für 100€ Points gezogen, dazu wird es eventuell auch noch ein Pack Opening Das ist der erste Teil von den ersten 3 Streams, die ich gemacht habe mit auch sehr sehr guten Packs Freut euch da auf jeden Fall drauf, dass wie gesagt das erste Pack Opening zu FIFA 19 Ich hoffe, dass euch das Video gefällt, wenn ja, das gerne mal ein Like und ein Abo Das würde mich auf jeden Fall sehr sehr freuen Teilt das Video auch gerne mit euren Freunden und ihr in Zukunft wird es auf jeden Fall jetzt aktiv FIFA Videos geben, freut euch da auf jeden Fall drauf Und es wird auch bald das Riesenpack Opening mit den 100€ auch noch online kommen Wie gesagt, freut euch drauf, wie gesagt, teilt das Video gerne mal mit euren Freunden Aktiviert gerne die Glocke und ich würde sagen, ich bin raus, gönne euch das Video, haut rein Leute, bis dahin Und ciao! Moment, Warner Gamer, okay, wir ziehen das Pack jetzt, let's go Ach ja Oh, oh, okay, okay, Leinwand, Brasilien, LV Ja, moin, geht fit, Digga Ähm Kuchindo? Nein, Philipp-Louis, geht fit, Digga Oh, joo Das hat sogar einer prediktet Ich dachte ganz kurz, äh, Marcelo, ich weiß, ich kann immer nicht erkennen, ob es ein Warer ist oder so Nein, das ist nicht der Typ von gestern Das wollte ich jetzt auch noch machen Ähm Digga, dieser Account ist krass mit Packlack Junge Gato, Gato, Lauf machen Dieser Account Weiß nicht, in letzter Zeit hatte ich echt Probleme So, jetzt machen wir was Gutes, ne Leinwand, wie im letzten Jahr, okay Oh In der Leiste wird es angezeigt Aber, ich weiß nicht, ob es noch Stream ist Oh, ja In Form, in Form Lozano Ey, das ist gut Ey, das ist wirklich gut, Mann Hast du gut gemacht Noin Nice, Mann, ey Ich sag ja, dieser Account Dieser Account ist nicht normal Mega Ich muss, glaub ich, meine Alertbox nochmal neu einrichten Mega geil Was haben wir noch hinter? Auf jeden Fall, Fabian, Fischoffer, Sassist, danke für deine Bote Kostet 30k Warte, das noch mal ziehen, keine Sorge So Boah Ey, Jungs, aber die sind noch Konzept schon über 100k Null In der Tat Mehr oder weniger Warte, geh mal hier rein, dass man das sieht, dass du drauf drückst, ja Mehr oder weniger Das ist an sich Mehrwert Okay Kannst du dich auch nicht wissen Let me be a friend Baby, let me in Sto Okay Okay Spanien Ja, äh Spanien Spanien Ah, nein Wenigstens Leinwand, ja Lass nicht hinkommen, wir sehen so oder so nichts Okay Drei Zwei Nein Aha 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 Spanien Hat sich Hat sich Aber wenn man Spanien sieht, weiß man eigentlich immer ja Ja Endlich mal, Digga Ey, der Account Ich bleib ja drauf Ähm Kannst du meine 50er, klar kann ich ja 50er Coaching Der schon Oh Oh mein Gott Oh mein Gott Fick mein Leben Alter 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 Oh mein Gott Es geht, es geht los, Digga Es, es geht los Es, es, es geht los Es, es, es ist mal wieder Es, es ist mal wieder Oh mein Gott Oh mein Gott Hoffentlich sind die wenigstens tradable So, jetzt haben wir noch zwei Bonus Gold Sets mit Null Seltenen Da können trotzdem Inform drin sein, wenn der normal Non-Ware ist Come on Auf Ansage Auf Ansage Was Auf Ansage What the fuck Was hab ich gerade gesagt? Auf Ansage Auf Ansage Ich sag's grad noch Ja, Moin Ja, Moin Ja, Seid die Dinger irgendwie unselven Es sind mir wohl schon drei Stücke gezogen Wa Die Dinger waren doch letztes Jahr viel selten, ne? Aus einem Non-Ware Gold Pack Ich sag Ja, Moin Nein Ja, Moin Ja, Moin Auf Ansage Geil Und noch zwei Easy Coins Easy Coins Boah, Geil, ey Jetzt komm, bitte mal was Gutes Ihr wolltet Packs sehen Jetzt habt ihr Packs In-Inform Korrekt, Digga Fettlark Easter Haha Der erste Inform Ey, Easy Coins Intradable Mega, ey Der Schlitz, danke für die Gönung Ja Komm schon 45er Komm schon Ey, bitte jetzt Wenn jetzt kein Schlitz kommt Ja, Mann Leinwand Äh Na Ah 85er Okay, geht fit Ich hab erst mit Hamstick gerechnet Ah, okay Geht fit 85er Den Namen spricht am besten nicht aus Machen Spam Pack Bitte, ey Bitte gönnt mal auf diesem Account Jetzt ne Icon auf Ansage Okay Okay Leinwand Oh Bernatja Nee Savic Ach du Scheiße Ach du 83er aus dem 55er Ja Oh, Lingard Bailey, oh Bailey Boah Ey, was ein Pack Ey, geil, geht doch noch Okay Ja Ja Ja